Alexa, sprich mir nach. Catch me is oder verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. In diesem Video zocken wir Call of Duty Modern Warfare Bodenkrieg Verstärkung. Sie ist einfach ausgegangen? Catch me is oder verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich. In diesem Video zocken wir Call of Duty Modern Warfare Bodenkrieg Verstärkung. Hängt jetzt nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video. Wir spielen auf einer supergeilen Map, Cast, River, Query, 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 Query. Ja, das ist halt Bodenkrieg, es sind wieder 100 Spieler am Start. Oh Gott. Wir sind zwar 100.000 Spieler, aber nur zwei sind im Schiff. Das war es ja mal komplett. Jungs, jetzt geht es los. Der klang so, als ob es im Spiel wäre. Perfekt. Okay, also es ist so, wie es aussieht. Bodenkrieg, normal. Und was ist daran neu? Schlag ein, Bro. Ich weiß aber echt nicht, wo wir hinfahren, gell. Oh Gott, ich fahre einfach mal hier durch. Ich bete mir einfach, dass ich gut fahre. Ich will ihn jetzt nicht enttäuschen. Mashallah. Achtung, Sniper, Bro. Das will ich sehen, wie es aussieht. Da kommen zwei Idioten. Snipen macht doch hier Spaß. Nein, ich habe das falsche Visier mitgenommen. Das ist so ein Dulli-Visier. Keine West 1, holt mich. Alter, das war es schon. Puh, war das anstrengend. Ah, harte Runde. Ah, war knapp. Also gegen Ende war es echt knapp. Da war echt der Defunc.de. Hat echt gut gemacht. Also die Arbeit war echt gut. Die Flagge hat da ziemlich gut eingenommen. Ich steige jetzt einfach mal ein. Hello darkness, my old friend. Komm, Bro. Wir fahren einfach zu zweit. Scheiße auf die anderen. Ich werde jetzt hier, ich werde die ganze Zeit fahren. Ich werde diesen Typen, wenn der deutsche Kevin stirbt. Ich schwöre auf alles. Ich werde das Video beenden, okay? Der muss einfach leben. Ich werde so auf ihn aufpassen jetzt. Oh mein Gott. Ja gut, also so wie ich fahre, sollte er auf mich aufpassen. Da hinten ist ein feindliches Fahrzeug. Komm. Ja, ich bin einfach der Beste. Bro, wie fahre ich? Ja, er ist einfach ausgeschehen. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Aber dafür hat er den Kill nicht bekommen, seht ihr? Wäre er bloß bei mir geblieben. Und Ding. Halt's Maul, der lebt nicht. Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Der lebt nicht. Wie ihr mich kennt, ich bin nur ein Spieler, der einfach... Leute, ich dachte, der wurde farblich markiert. Wieso müssen wir ständig hier warten? Wir gehen doch einfach auf jetzt. Und diesmal will ich in dem Auto sitzen. Wie, ihr lässt mich zurück. Komm. Eins. Komm, da will ich mitgehen. Let's go, ich bin Beifahrersitz. Wooo. Gib ihm, Bruder, gib ihm. Ich bin alleine mit dem, okay. Wie heißt der überhaupt? Pico, wie heißt der? Ist einer über uns? Der hat mich einfach verlassen. Wieso geht der einfach, Mann? Du kannst das Auto nicht hier stehen lassen. Du musst schon parken. Oh, irgendwann muss ich alles selber machen. Moment. So. So. Parkt man das Auto. Seht ihr? Weil wenn man jetzt dagegen stößt, fällt es nicht runter. Halt's Maul! Ja, was soll ich denn im Modus sagen? Ich bin sprachlos. Ich verstehe. Ich, 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 ich. Ah, man muss jede Flagge einnehmen. Und dann ist die Runde vorbei. Und jede Flagge, die wir nehmen, spawnen wir wieder. Oh, fuck. Das war falsch. Wisst ihr was? Okay, okay. Ich gehe zu B und nehme die Flagge ein. Solo. Passt auf, wie ich das machen werde. Gott, fuck. Komm schon auf. Oh mein, ey, ich bin wirklich der Best. Ich bin es einfach. Ich bin es einfach. Easy. Steigen wir hoch? Schnell, 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 schnell. Überwärts komme ich jemanden, weil ich noch Schritte. Scheiß drauf. Der ist da. Hi! Wo ist noch einer? Ich habe mehrere Schritte gehört, oder? Da war einer. Servus. Moin. Servus. Moin. Okay. Ganz ruhig spielen. Ganz ruhig spielen. Du hast alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Let's go. Okay. Okay, wie viel leben noch? Es leben wieder alle. Alle sind wieder gespawnt. Ich dachte, ich musste zwar alleine alles spielen. Let's go. Natürlich gibt er mir ein Headshot. Was denn sonst? Komm, zeig mir, wie du es gemacht hast. Also, wie es aussieht, wenn wir wieder fett gewinnen. Also, mein Team. Ich. Ich. Mein Team und ich. Das sind einfach die Besten. Komm, auch ein Kill will ich machen. So eine große Map. 1000 Spiele. Ich finde keinen. Komm, ein Kill noch. Alter, haben wir gerade Pause gemacht? Oder wo sind alle hin? Ah, von da hinten waren sie. Klar. Auf jeden Fall, Leute, das ist das Video. Lasst keinen Liken. Aber dort checken wir meinen Instagram ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. What? Ciao. 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 Ciao.